Wie geht es dir? Diese Lektüre basiert auf einer eingehenden Untersuchung des Grundstrahls von Mensch und Tier. Ich studiere das seit 24 Jahren. Aber wenn Sie noch nie davon gehört haben, wissen Sie, dass im Entwickeln Jahrhundert ein französischer Radiesthesist namens Mermet entdeckte, dass Mineralien, Tiere und Menschen einen Strahl aussenden, den er Fundamentalstrahl nannte. Dieser Strahl individualisiert das Wesen, da jeder Strahl ein bestimmtes Temperament und Potenzial anzeigt. Ich weise darauf hin, dass es mein Ziel mit dieser Lektüre ist, Ihnen die Kohärenz des Potenzials jedes Grundstrahls und des Verhaltens der Menschen in der Praxis zu zeigen. Lass uns lesen gehen. Der Grundstrahl, der die äußere Identität von Albert Einstein darstellt, ist der rote Grundstrahl. Identität von Albert Einstein ist der rote Fundamentalstrahl. Dieser Strahl trägt das physische Potenzial. Menschen dieses Strahls verfügen über eine große Primärintelligenz, die aus einem Kriegergeist stammt. Aufgrund dieses körperlichen Potenzials verfügen sie über eine enorme körperliche Widerstandskraft. Sie sind wahre Krieger, mutig, kühn, furchtlos und hartnäckig. Sie verteidigen ihre Ideen entschieden, weil sie das Potenzial zum Handeln haben. Ihr Profil ist bahnbrechend. Ihr Temperament ist stark, eigenartig. Sie pflegen eine direkte, einfache Kommunikation ohne Vorbehalte. Deshalb sind sie faszinierend. Ihre Art zu sein ist energisch, einfach, humorvoll und intensiv. Sie zieht die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich. Dieser Strahl regiert Pioniergeist, Führung und körperliche Stärke. Und aufgrund all dieser Eigenschaften tragen große politische Führer, Kämpfer, Hochleistungssportler, Revolutionäre, Diktatoren, Pioniere, Polizisten und andere den roten Strahl. Die innere Identität Einsteins hingegen wird durch die hellblauen und dunkelblauen Strahlen geprägt. Der hellblaue Strahl repräsentiert ihre männliche Seite, die Art und Weise, wie er auf die Welt projizierte. Dieser Strahl trägt das Potenzial zur Kommunikation. Menschen dieses Strahls sind wahre Philosophen, da sie über eine sehr reflektierende Intelligenz verfügen. Sie verfügen über viel geistige Klarheit und Rationalität. Sie sind sehr didaktisch und drücken sich daher sehr gut aus. Nach dem, was der deutsche Autor Johann Goethe in seinem Buch »Die Lehre von den Farben« sagt, ähnelt die helle blaue Farbe der dunklen, schwarzen Farbe. Und wenn man diese Informationen mit dem hellblauen Grundstrahl in Verbindung bringt, ist es leicht zu verstehen, warum Menschen dieses Strahls große Wahrheitssucher sind. Denn sobald sie im Dunkeln tappen, ist es natürlich, das Licht in sich selbst zu suchen. Und dieses Eintauchen in sich selbst fördert ein sympathisches, einnehmendes, subtiles, neugieriges und kooperatives Temperament, das zunehmend ein menschlicheres Verhalten annimmt. Der hellblaue Strahl regelt Kommunikation, Dramaturgie, Schreiben, Kunst, Musik, Redekunst, Pantomime, Uswe. Deshalb haben die größten Kommunikatoren, Philosophen, Denker, Journalisten, Sänger, Schauspieler, Politiker und viele andere den hellblauen Strahl. Allen diesen Aktivitäten gemeinsam ist die gut entwickelte interne und externe Kommunikation. Der Grundstrahl repräsentiert Einsteins weibliche Seite, seine empfängliche Seite ist der dunkelblaue Strahl. Dieser Strahl trägt das abstrakte Potenzial. Menschen dieses Strahls sind wahre Magier. Sie erfassen Informationen aus dem Unterbewusstsein, beherrschen das verborgene Mentale und verfügen über einen sehr präzisen sechsten Sinn. Die Kraft dieses Strahls fördert eine große Fähigkeit zur Abstraktion, zum räumlichen Gedächtnis und zur Fotografie. Es bietet auch viel psychischen und psychologischen Widerstand. Das Temperament dieser Menschen ist normalerweise rätselhaft, zurückhaltend, geheimnisvoll, hingebungsvoll und konzentriert. Zusätzlich zu all diesen Eigenschaften trägt der dunkelblaue Strahl das volle Potenzial des hellblauen Strahls. In diesem Fall verstärkt es alle Neigungen und Fähigkeiten des hellblauen Strahls. Sie sind Menschen, die die Kommunikation und den Ideenplan dominieren. Dieser Strahl regiert die okkulten Wissenschaften, die abstrakten Wissenschaften, die Sprachwissenschaft und die Kommunikation. Aufgrund all dieser Eigenschaften verfügen große Programmierer, Wissenschaftler, Physiker, Mathematiker, Denker, Visionäre, Erfinder, Hellseher und viele andere über den dunkelblauen Strahl. Nun, das ist alles für den Moment. Wenn Ihnen diese kurze Lektüre gefallen hat, liken Sie dieses Video, teilen Sie es, abonnieren Sie meinen Kanal und ich werde Ihnen weiterhin leistungsstarke Promilesungen bieten, damit Sie immer mehr über dieses Thema erfahren können. Wenn Sie jedoch noch weitergehen möchten, fordern Sie Ihr vollständiges hellseherische Lektüre an und beginnen Sie, Ihr volles inneres Potenzial zum Ausdruck zu bringen. Meistens sind Sie sich Ihrer eigenen Begabungen und Talente nicht bewusst. Aber keine Sorge, der Grundstrahl offenbart alle Ihre weiblichen und männlichen Kräfte. Bis zur nächsten Lesung, Tschüss, Tschüss.